Oh, Interact. Uh, als ob! Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Und willkommen zu diesem kleinen, aber feinen, neuen Video auf meinem Kanal. We went back. We went back. Genau. Ein Indie-Horror-Game, ein Indie-Science-Fiction-Horror-Game, das sind die, wo ich am allerliebsten habe, von dem Publisher Dead Thread Games, rausgebracht vor einigen Wochen oder zwei, drei Monaten. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Das gute Stück ist kostenlos. Und ich bin richtig gehypt, weil das sieht wirklich gut aus. Nicht so wie das letzte Spiel, was ich hochgeladen habe. Die Kamerakualität und auch allgemein die Videokalität sollte um einiges besser sein. Ich habe jetzt ein 2K, nehme ich auf. Und dadurch habt ihr ein viel besseres Spiel- und Zuschauerlebnis. Wenn es euch gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt mir ein nettes Kommentar. Das bringt mir echt viel Motivation für die Zukunft. Und ich würde sagen, fangen wir doch mal an. Okay, Instructions, Zooming. Haltet die rechte Maustaste gedrückt, um zu... Okay. Interact mit E und Objektinspection mit... Aber wenn wir die Objekte angucken, dann kann man die so bewegen und drehen zum Inspizieren. Grafik ist I.O. Okay. Medium, High, ist alles gut. Okay. Okay, okay, okay. 60 FPS ist, glaube ich, auch gut. Passt. Helligkeitslevel. Justiere den Regler so weit, dass die linke Seite kaum noch zu sehen ist. Let's go. Ich habe mir auch eine neue Tastatur bestellt. Die sollte jetzt die nächsten ein, zwei Tage kommen, dann hört ihr auch nicht mehr das Klicken so. Bis dahin tut es mir leid und stellt euch mal nicht so an, das ist nicht so schlimm. Oh, ich mag das. Ich mag das. So Science-Fiction-Horror-Games, die mag ich richtig. Kriege ich gerade so Alien-Isolation-Flashbacks. Kann ich den Game-Sound? Da kann man noch ein bisschen höher machen. Alles klar. Ich habe auch noch nicht wirklich Informationen darüber, was hier in dem Spiel passiert. Ich kenne es noch nicht. Einige von euch vielleicht schon. Aber gemeinsam können wir das erkunden. Kamera. Okay. Nehmen wir mal mit. Das Geräusch kenne ich. Da war gerade irgendein Gesicht zu sehen noch. Ich habe noch keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Das sind einfach leere Anzüge, ne? Alright. Sprinten können wir auch. Okay. Help. Alles klar. Also hier ist irgendwas vorgefallen. Also dass es sich um ein Horror-Spiel handelt, das ist ja klar. Habe ich bei den Tags eingeben können. Bei Steam. Ich bin irgendwie noch nicht so ganz mit der, ähm, mache ich mal trotzdem 120. Mit der Auflösung zufrieden. Ich finde, es hat leichte Frame-Drops. Wir sind auf jeden Fall auf irgendeiner Raumstation. Oh, guck mal. Hier, die lebt sogar noch. So schlimm kann die ja auch nicht sein. Aber die Kacke ist schon länger nicht mehr weggebracht worden. Warum nimmt man Schmetterlinge? Das kenne ich ja. Aber warum nimmt man die mit auf, auf eine Raumstation? Hier piept irgendwas? Ja, es erinnert mich richtig übel an Alien Isolation. So von der Atmosphäre her. Richtig nice. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Okay. Warte mal. Sieht ja genau gleich aus. Wie der Raum, in dem wir... Oh, jetzt läuft es auch ein bisschen flüssiger. Habe ich das Gefühl. Sieht ja genau gleich aus, wie der Raum, in dem wir vorhin... Hier war die Kamera. Okay. Jo, alles klar. Hä? Kann ich da? Oh. Interact. Uh! Als ob! Willst du mich verarschen? Okay. Ja! Leute, was kommt euch als erstes in den Sinn, wenn ihr so eine Schacht aufmacht und euch so eine... eklige Missgeburt entgegengekrabbelt kommt? Ihr krabbelt nach. Ihr krabbelt nach. Okay, was haben wir hier? Oh, hier haben wir was. Interact. Okay. Okay. Das könnte irgendein Mondzyklus sein auf der linken Seite. Kann ich auch bewegen oder so. Hier haben wir... Was ist das? I und E. Go back, interact. Ah, hier können wir irgendwas... Hier können wir irgendwelche Bilder... Ah, wir müssen irgendwelche Fotos machen. Ah, das sind... Habe ich denn da scheiß Stechmücke in dem... Alter. Okay. Ähm. Genau. Go back, interact. Also ich muss anscheinend... Das sind ja... Wir haben ja eine Kamera. Kann ich auch... Warte mal. Einen Moment. Jetzt ganz ruhig. Äh... Herrlichkeit ist gut. Kann ich nochmal... Okay. Ich muss anscheinend... Wenn ich hier das auf dem rechten Bild... Ja, ich muss ein Foto von speziellen Objekten machen. Und die landen wahrscheinlich hier dann auf dieser Liste. Und dann muss ich am Ende irgendwie so einen Code lösen. Das wird mega toll. Super. Vor allem, wenn man dann so einen Monster im Nacken hat. Aber gut. Ups. Ups. So. Alles klar. Das heißt, wir müssen echt gucken... Dass wir hier möglichst viel... Interagieren. Mit den Objekten. Okay. Haben wir eine Zeitung? Können wir nichts machen. 66 Grad Fahrenheit wahrscheinlich. Und nicht Celsius. Gut. Hier waren wir ja schon. Help. Ja. Oh, guck mal. Hier liegt was. Was ist das? Hab ich... Hab ich das jetzt, ja? Ah, take a photo. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das Prinzip. Gut, wir... Okay. Und es bleibt ja anscheinend nichts anderes übrig, als weiterzugehen. Aber eins von diesen Fotos haben wir jetzt schon mal. Aber das ist ja genau der gleiche Raum, in dem wir vorher waren, oder? Ah, das ist sicher eins von den Spielen, wo sich die Räume immer wieder wiederholen. Aber irgendwie schlimmer und schlimmer werden. Okay. Ja. Okay. Okay. Ja, jetzt sind wir wieder am Anfang eigentlich, oder am Ende. Am Ende vom Anfang. Nice. So. Aber es ist jedes Mal eine andere Kammer offen. Vorher war es die hier gewesen. Oh. Scheiße. Okay. Kann ich da auch reingucken? Nee. Die haben genau gewusst, du klickst hier drauf. Okay. Hier haben wir was. Okay. Locked System. Override required. Passwort. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Natürlich nicht. Escape. Wir brauchen ein Passwort. Wahrscheinlich können wir hier später entkommen. Oh. Scheiße. Wichser, Alter. Ich liebe so Games. Ich liebe so Horror-Science-Fiction-Games. So wie Alien Isolation. Far Out war noch geil gewesen. Was habe ich noch alles gespielt? Ihr wisst, was ich meine. Oh, Far Out habe ich richtig gut gefunden. Da war eine gute Atmosphäre gewesen. Aber wir brauchen jetzt wieder, jetzt können wir wieder nicht mehr damit interagieren. Wir brauchen jetzt wieder ein weiteres Teil. Guck mal, hier liegt eine Kugel einzeln oben drauf. Können wir nicht machen. Ja, im Weltraum ist ja wichtig, immer Sport zu machen, weil durch die geringere Schwerkraft baut sich die Muskulatur natürlich ab. Und, ähm, das ist natürlich scheiße für den Körper. Deswegen ist, äh, machen die Astronauten noch immer Sport. Weil der Körper gewöhnt sich an die niedrige Schwerkraft hier. Ah, ein Handschuh. Hier haben wir was. Ein blutiger Handschuh. Nice. Ey, wir kommen vorwärts, Leute. Das ist super. Ich weiß aber auch gar nicht, wie lang das Game geht. Muss ich pro Run in den einzelnen Phasen hier ein Item finden? Oder kann es auch mehrere sein? Sag doch mal. Oh, du! Ey, ich bin aber auch schreckhaft. Das ist nicht normal. Okay, wir sind weiter. Scheiße, Mann. Ey, jetzt schon tausendmal besser als das Game, was wir vorher gespielt haben. Nice. Jetzt ist es wieder hier. Eine andere Kyokammer. Heißen, glaub ich, die Teile. Ah, sowas liebe ich. Nice. Also. Das Passwort haben wir ja immer noch nicht. Ah, wahrscheinlich müssen wir am Ende mit dem Code das Passwort rausfinden für den Computer. Die Scheibe geht immer mehr kaputt. Können wir eigentlich... Welches Loch war denn das vorhin gewesen? Ich weiß grad gar nicht mehr. Hier. Rein, 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 rein. Habt ihr das... Scheiße, Mann. Okay. Können wir die Bilder jetzt hier nicht... Guck mal, das... Ah. Okay. Aber... Es ist wieder überall grün. Wie müsste ich die denn dann sortieren später? Okay, dem beschäftige ich mich nachher. Was macht denn das Vieh dort? Ist das weg? Scheiße. Und jetzt? Sag du doch mal. Soll ich drauf zu gehen? Komm, wir gehen drauf zu. Das bringt ja alles nix. Ich glaub nicht, dass wir zurück können. Das ist irgend so eine Mutation. Ganz ruhig bleiben. Oh, der guckt uns sogar die ganze Zeit an. Haben wir hier noch irgendwas? Guck mal hier. Will der einen Snack haben vielleicht? Scheiße. Was, bin ich jetzt gestorben, oder? Nee, ist alles gut. Okay. 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 Nice. Nice. Now we go with her. Ja. Super. Okay. Den haben wir schon. Aber wir müssen wieder ein neues Item finden. Oh, ne. Ja, gerade den Kopf abgehackt. Guck mal, die zuckt noch. Die zuckt sogar noch. Fridolin. Du bist der einzigste, hoffentlich schon mal hier oben im Weltall auf für mich gewesen. Nur noch ein Schmetterling. Okay. Nichtsdestotrotz müssen wir weitermachen. Boah, hier musst du aber genau hingucken, dass du auch wirklich die Items nicht verpasst, glaube ich. So. Warte mal. Aber die Räume... Guck mal, jetzt sind wir gerade hier bei dem Ratenkäfig. Er zuckt sogar noch. Guck hier. Wir brauchen ein neues Item. Tralalalala. Hä? Warte mal. Arsch mich doch nicht. Was ist hier los? Es ist der Endlos-Rundgang jetzt hier. Was müssen wir machen? Oder ist das... Kommen wir jetzt bald hier raus. Oh, der Schmetterling. Oh, der Schmetterling. Vielleicht müssen wir da was machen. Guck mal hier. Nee. Hä? Okidoki, wo müssen wir hin? Hä? Wann mal. Was ist das? Nichts. Ok. Das. Nichts. Das. Nichts. Das. Nichts. Das. Nichts. Ok. Können wir auch nichts machen? Können wir auch nichts... Ähm. Oh! Total verwirrend. Jetzt plötzlich. Wir haben eine Tür. Das war doch mit Absicht gewesen, was die da gemacht haben. Was? Und was nun? Sind wir gestorben? Wir sind gestorben, oder? Ja, na gut. Also Leute. Tut mir leid, aber ich werde an der Stelle den Part jetzt langsam beenden hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich doch über ein positives Feedback von euch freuen. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier im Anschluss den nächsten Part noch aufnehmen, dass ich auch ein bisschen mehr Videos zur Auswahl habe. Ich möchte ein bisschen kürzere Parts machen, dass ihr auch nicht immer gerade 20 halbstündige, minütige Videos zum Gucken habt. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, bewertet das Video ruhig. Schreibt mir ein liebes Kommentar und auch wenn es nur hey ist. Und ansonsten, ja, hoffe ich schalte beim nächsten Mal auch wieder ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao.